Kannst du, ey! Fuck you, Alter. Ich muss mich mit dem Wallbank, Digga. Oh mein Gott, weg hier. Verpiss dich, Alter! Ich will dich nicht decayen, ich will dich nicht decayen, Digga. Ich will... Gigantfighten, du Hund. Okay, geh ich. Okay, komm, 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 ich bin ein Mann. Komm. Na ja, Mann. Ja, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann. Nein, nein, nicht killen, nicht killen. Ich bin ein Mann! Ich hab einen geingert, ich hab einen geingert. Ja, klau meine Kills, Digga, du. Dann fang noch einer. Ja, ja, ja. Ja, nein. Ja, ich war grad so laut. Ey. Komm, 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 komm. Ich war grad so, ich war so laut, Digga, wir haben Besuch. Und der schreit. Wir sind keine Ender. Ah, Main Door! Ahaha, nein. Ey, er... Ey, er... ... ... ... ... ... ... ... Auf die Mainstest. Auf die Mainstest. Guck mal Aviator bitte. Aviator hier. Einer Threadsters. Richtig, ich hab ihn weggemacht. Trophy ist clear, du kannst rein. Geh rein, geh rein. Breach Rotation. Zwei Leute Astro. War Mario und noch einer. I'm inside. Was machst du da? Ich brauche ihn inside. Willst du den Claymacher noch? Soll ich shinen. Soll ich zusammen shinen? In Astro, in Astro. Heidi? Die Scheiße. Last one, one close. Last one close. Komm hol die den Cliff, hol die dir. Okay, meine Anzeige, sorry. Oder halt nicht, Digga. Geht's dir gut? Hast du Pillen genommen? Hast du Drogen genommen? Ja. Also mir geht's nicht mehr gut. Also Pilead, was da war, das werde ich erst gar nicht wissen, um ehrlich zu sein, warum du dich selbst killst. Aber Asus ist insane. Ich wollte ne Nate Richtung dem Castle werfen, weil der hinter der Bombe da spielt in Statuary, ne? Ich? So gut wie ich bin. Nice. Nice. Ich bräuchte jemanden zum Aufmachen hier. Die Windows und alles. Jetzt kannst du eigentlich planten gehen. Geplanten, geplanten, geplanten. Rotation. Auf geht's euch. Auf geht's euch. Ja, komm von 90 drauf, ja. Das war ein schöner Schuss. Das bin ich. Das war ein Laser, Digga. Kannst knicken, da zu Hilfe feiern. Aces, kill mal ein paar Leute mit der Grismo-Mine. Knock ihn und dann kill ihn mit der Grismo-Mine. Okay, du bist tot. Stop. What? Hinten wir, ne Pistole, ne Pistole. Oh my god. Horrorspiel, einfach Horrorspiel, dieses Game. Digga, kriegt auch immer so ein Herzklopfen, wenn einer euch in den Rücken schießt und ihr wegrennt. Ja. Oh my god. Die Bomben sind gerannt. Ah, hat mich. Ich hab noch besser. Es war auch eine da. Hä? Nice. Schotter, schotter, schotter. Noch eine, noch eine Blue. Jaja, da war noch einer. Jungs, Digga, flang, flang, kitchen, 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 kitchen. An der Dore. Kitchen door. Nice. Schön. 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 Ey, das atmet irgendwo. Ah, okay. Ich glaub letzter ist Church oder so. Kann ich droppen? Und planten? Ja? Ja, ja. Was ist da passiert? Ich plante? Ich glaub er ist Church. Schön. Schön. Wir müssen ja zu schnell das Ding machen, weil wir gibt's Essen. Schotter. Schotter. Oh. Der war amt. Der war amt. Der war amt. Was ist denn jetzt noch nix mehr? Jetzt Mocking. Nein. Nix. Ah. Ah. Das ist weg wieder. Pass auf. Ah. 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 Das ist weg. Der aufgehört. Nein. Ah. Red Stairs Top Red Steht, Peek mit seiner Main Hör mit der Pistol wieder Bis auf die Stairs Das war aber ein Direct Hit, oder? Ich weiß nicht Ja, muss Schau Weil sonst machst du, glaube ich, nur so 30 Damage Kann man auch noch helfen, wenn du? Loll Was hat der Typ gemacht? Fall Also einer ist nach oben auf dem Einer ist Cafeteria Einer war oben, einer war oben Einer Cafeteria Hatten wir ihn bitte, Yellow Firm 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 Oh, er ist hoch! Mein Gott, dieser Typ! Der Typ ist so ein Vollidiot Der Typ ist so ein Vollidiot Also nicht keller Ja, er hat geschossen Er hat keinen Keller Glaub ich Der soll planten Der soll planten Der soll planten Der soll planten Der soll da aus Der soll noch Der da auf Der soll endlich Der soll länger ... Der soll noch Oh fuck, ich bin falsch gespawnt, ja ich würd sagen Study-Action. Acer, wer bist du? Gehen für dich in den Affen. Wo ist der letzte? Wir haben Study-Cam und Top-Main. Ja komm Top-Main, Top-Main, Top-Main. Auf Small geflogen. Das ist wohl bad. Ich sag die L aber er hat auch mal. Das ist ein Mobbing, Becker. Sie bleiben wieder. Same Sword. Ne, das ist mir recht. Mob sie bitte. Nein! Becker! Die Arme. Das geilste war, wie sie die zwei Impacts rist. Voll Paranoia. Er plant jetzt Cash. Blenden wieder. Schönen Boy. Schönen Boy. Schönen Boy. Schönen Boy. Schönen Boy. Und das ist jetzt so ein Waker-Plan-Versuch. Ja. Lass ihn nicht rein. Ja, der ist, der brundfinde ist schon sein Mate. Die haben ihn gehippert und er hat ihn gezinkert. Outsider ist es so einfach, oder? Ich weiß, ich weiß. Kannst du den Collector, den Bumsen? Oh, ah? Okay. Bissere Fenster. Warte, mach raus, mach raus. Ja, ja, warte. Digga, ist es aus, oder? Digga, lustig wäre, wenn du einfach angelassen hättest, damit ich Aces kille und dann selber sterbe. Oh mein Gott, Oli, das ist so... Digga, ich kann eigentlich gut mit Controller spielen. Was? Das sieht ja voll lustig aus. Ich kann gut mit Controller... Ich war wirklich gut damals mit Controller. Da geht der weg, ganz schnell weg. Ist ne Mira? Warum ist die Ferse so weird? Versuch mal Scheiß. Ganz ganz schnell. Oh mein Gott. Ne, sie ist lit. Diese Drehung. Hallo? Warte kurz. Warte kurz. Was mach ich? Nein! Warum? Ich hab nichts gedrückt. Ich mach nichts. Jungs, es hängt. Mein Controller ist kaputt. Mein Controller ist kaputt. Egal, Free Fire. Free Fire, Meta. Achso, das ist ich nach 24. Jetzt kannst du dich alle killen machen. Ja, Scheiß, komm ich geh Freezer, ich geh Freezer, ich geh Freezer, ich geh Freezer. 30 Sekunden. Mein Gott. Mein Gott. Oh mein Gott, du brauchst einen Kill. Zwei, zwei. Zwei Kills. Zwei Kills. Ich bin tot. Nein! Nein, ich hol einen noch. Ich nehm einen noch mit. Ich nehm einen noch mit. Ich nehm einen noch mit, Digga. Ja! Komm her! Nein! 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 Ich hab zwei Leute noch mitgenommen mit Controller, Digga. Ich bin Controller-Man, Jungs. Ich zock nur noch mit Controller. Jungs, ich zock jetzt nur noch dir Elo mit Controller auf PC. Okay? Alvin, du hast vorher gemacht. Du hast vorher gemacht. Das muss aber echt lange sein. Das schaffst du nicht. Du hast eine Achse отсюда. O, K浮ung, ich weiß nicht. Das sănt für ein Ast. Das kann nicht nur ein вид sein. Das schaffst du ihn. Das blieb sei frohar. Da kommt jemand, Achtung! Da seilt sich jemand hoch. Ich kill ihn durch Aces. Ich hab so Angst weißt du das. Durch Aces. Ich hab einen Kill durch Aces bekommen. Was ist Ape? Ape? Äh, Affe. Gritty, turn off your Ape, what the fuck. Ja, du sollst einen Affen ausschalten. Ich mein, dass du so alles piekst und sowas. Oh man. Dann geh ich schließen. Die Claymore Digga, die hat mir das so erleichtert, dass sie der aufgeschlossene haben. Ich muss nur warten bis sie rein in mein Engel läuft. Jetzt hat er 40 geping, jetzt hat er 60 geping. It's because of the ping. His ping is like 100, his ping 40, then 60. So dumb. Jesus, shut the fuck up. This guy is playing so hard. Das war nicht Twitch, Bro. Twitch hat mich umgeflamed. Ja, das ist Twitch. Ich schütze. Ich schütze. Ich schütze. Diese Drex F2. Ich sehe sie von oben. Ich war circa bei der Tür. Wenn du einen Zivil drüber schmeißt, ist sie tot. Oh nein, du bist nicht Bandit. Ja, ja. Ich hab schon meine Käse gehabt. Warum denk ich, du bist Bandit? Ich weiß nicht. Nice. Nice. I'm spreading in Victoria. I'm spreading in Victoria. It's so much. It's my guy. It's my guy. It's my guy. Undersvenberlautzer.